Ich mach mal so nen Beauty-Blog aus, haha, ich find's wieder, euer Bibi-Beauty-Sparricks. Den Nairobi deckt sich bestimmt auch schon, was labert der Spaß wieder die ganze Zeit. Ok, dann gehen wir jetzt mal die restliche Bande holen. Bis gleich. Die Menschen ist in der Beschreibung. Die Menschen sind in der Truk. Die Menschen sind in der Unfalle, die wir hier wieder neu in die Tränen sind. Also fast alle volkstätig, jetzt fehlt nur noch die Frau-Frau und dann können wir abdüsen. Aber die Jungs erstmal legt nochmal Stärken, ich hab so ein Déjà-vu, weißt du, wenn ich die beiden im Hintergrund wieder sehe, wie die futtern, ey. So, wir sind alle vollständig und ich habe gerade gesehen, ich bin mit unserem WLAN verbunden, geil. Echt? Ja. So, dann geht das auch schon fast los, wir versuchen jetzt mal irgendwie so diese Navi-Dings einzustellen. Stefan, sag mal was. Nice, Alter. Wie viel noch heißt das? 82 bis 86. Ja, und dann geht dann auch gleich los. Scheiße, von hier komm ich nicht an das Bild. Geh mit deinen Ellbogen ins Gesicht bitte. Ich bin bitte, schlag mich. Bitte mach einfach. Ich hoffe, der sagt jetzt nicht über Auto. So, die Karre, die ist ein bisschen enger und ich muss halt... Nur ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Ich muss halt mit meinem Arm hier um ihn in der Mitte sitzen, weil die Nairobi, die sitzt da. Und ich bin in der Mitte und ich muss halt so nah ran, weil ich zu groß, zu fett bin für den Rückspiegel, für Stefan und... Stimmt doch gar nicht. Er labert den Bullshit. Sag mal, hast du einen Freund? Nein. Willst du einen haben? Nein. Ja, auf jeden Fall sind wir auch schon fast in Herford. Nur noch ein bisschen. Fast nicht laut. So, das hätte auch nicht anders sein können. Ich dachte mir, ich filme die ganze Scheiße nicht, weil... Wie lange hätte der Stau denn schon gehen können? Aber wie lange standen wir da jetzt in dem Scheiße? Oder wir sind ja noch nicht mal durch. So knapp 20 Minuten, 20-20 Minuten. 30 Stunden standen wir da jetzt schon mitten im Stau. Und jetzt freilsam. So, jetzt wird gefahren ey, wir sind jetzt wird gefahren. So, jetzt... Auf geht's! So... So, jetzt ist das eins. So, jetzt ist die Zellwecke. Auf geht's! Okay, let's go. Oh shit. Komm, 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 komm. Let's go. Komm, häng dich vor, Alter. Hier durch. Hier durch. Hier durch. Komm, soll. Komm, soll. Okay, let's go. Okay, let's go. Nein, Nein, No, Just Beat It Beat It Just Beat It Just Beat It Never to get you better leave what you get Don't wanna be a boy you wanna be a man You wanna be alive better do what you can So Beat It Just Beat It So, uh, es geht weiter. Es geht weiter. Let's go. 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 Let's go.